Also du musst, wir müssen das jetzt so machen. Einer von uns tankt die Spinne. Oh, oh, weg, 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 weg. Ua, hi und herzlich willkommen zurück zu UAC-Battle. Aber wir sind leider noch gefreezed. The game is now unfrozen. So is she, jetzt können wir loslegen. Yo, Freunde. Machst du dich natürlich immer noch krank? Ist ja logisch. Ich bin gesund jetzt wieder. Ich habe auch gesagt, ich nehme nur die beiden Folgen auf. Ich will euch das nicht so antun, so krank aufzunehmen. Buddel mal wieder ein bisschen nach links und rechts und so. Ja, hier ist Iron. Iron, Digga. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass wir Gold eher weiter oben finden. Iron like my penis. Was? Weiter oben? Ich glaube auch, dass wir Gold weiter oben finden, ja. Gut, dann gehe ich jetzt hoch. Ja, warte, ich komme mal kurz zu dir rüber. Brauche ich mal so ein bisschen stufenweise nach oben. Spitzage? Ach, natürlich darf auch diese Folge jetzt der Fernseher nicht fehlen. Germany's Next Topmodel läuft gerade. Und wie natürlich alle wissen, ist heute dann Donnerstag, ne? Ich kann gerne auch hinter mich Dinger hauen, gell? Was hauen? Achso. Wackeln. Ich mache auch dicht hinter dir. Ich habe echt Paras, dass irgendwer hinter uns herbuddelt. Ich glaube nicht, dass die irgendwo bei uns in der Nähe sind, weil... Ja, aber vielleicht irgendwann. Irgendwann, ja. Okay, jetzt sind wir auf Folge Höhe 23. Gehen wir auf 25 hoch. Bin ich. Gut, lass mich... Geh mal kurz weg. Lass mich da so... Ich buddel mich gleich 7 nach links. Geh weg, sonst haue ich dich. 2... 3... 4... 5... 6... Ich buddel mich hier geradeaus weiter, gell? Jo, ich auch. Und dann vergiss nicht die Gänge nach links und rechts. Einfach immer so auf Augenhöhe kurz ein bisschen buddeln. Wir brauchen doch nur 9 Gold, ihr Mistgeburt. Brauchen wir nur 9 Gold. Für 1 Goldapfel, ja. Ja, wir brauchen aber 2 Goldäpfel, also 18 Gold. Fürs erste, ja. Mhm. Wahrscheinlich auch kurze Rackphase. Ja, das ist ja das, was ich deswegen nicht mehr machen will. Du rags neben und kriegst 2 extra Herzen. Ah, okay, alles klar. Ich meinte jetzt auch, ob das dann wie beim OP Goldapfel auch irgendwie so ist. Nicht so extrem, nein. Ne, weil beim OP Goldapfel bist du auch im Prinzip kurz unverwundbar. So schnell wie das regeneriert, ja. Ja, das meinte ich. Und ob das der normale Goldapfel auch macht, ob der so regeneriert. Nicht so extrem. Du musst deine Gänge bauen, ne. Du bist immer relativ schnell weiter als ich. Also? So immer 3 nach vorne und dann links und rechts mal einen Gang bauen. Und wenn man schon so oft... Ich mein, das Doof ist, auf dieser Höhe finden wir keine Dias und sonst... Hier ist Kohle. Ja, Dias haben wir ja. Ja. Weil wenn wir mehr Dias finden würden, wäre das natürlich richtig geil, ne. Ja. Also im Dingens stand ja auch, dass man Gold von Höhe 5 bis... Hä? Ah ja. Was ist das? Der hat Niederschlag umgestellt, also ich glaub Regen ist aus jetzt. Okay. Wahrscheinlich hat's grad geregnet. Also... Ich würd das dann so... Vielleicht sollen wir auch wieder runter gehen. Vielleicht wär das auch ne Idee. Weil im Internet stand ja, man findet Gold von 5 bis 35 oder so. Ja, jetzt bleib mal erstmal hier. Da unten hätten wir halt um prozentual gesehen ne höhere Chance allgemein irgendwas zu finden. Leute, fragt mich nicht, was ich hier grad mach. Ich weiß es nicht. Alex, du sollst die Gänge nach links und rechts buddeln. Du bist schon 100 Blöcke weiter vor mir. So schnell kann man gar nicht buddeln, seien du hast einen Dia-Spitzhacken. Ich kann so schnell buddeln. Am Arsch. Na klar. Glaubst du mir nicht, oder was? So. Dann mal wieder neue Spitzhacken machen. Zack, zack, zack. Machen wir uns jetzt ein bisschen gleich mal drei. Oh man, ich bin so still. Was passiert? Das regt mich auf, so bin ich nicht. Doch, heute schon. Und ich find das gut. Denn jetzt kann ich mehr labern. Lalalalalala. Lalalala. Geber ein Witz. Du bist immer der, der weniger redet als ich. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht mach ich das auch nur, weil du immer so viel redest und ich dir nicht reinreden will, weil ich freundlich bin, Digga. Okay, was geht hier? Okay, da kommt ne Schlucht. Warte, ich komm zu dir. Ich bin gleich bei dir, Bruder. Was ist das? Okay, ne Fledermaus. Die macht mir nix, oder? Ne. Willst du mich angreifen, oder was? Jetzt bist du getötet. Wo bist du? Ach da. Komm mal her. Gib mir Deckung, Bruder. Das ist bestimmt die Höhle, wo wir schon drin waren. Ne, dann wär alles ausgeleuchtet. Und hier ist auch keine Lava, oder so. Immer das Eisen damit. Ich hab nur noch zwei Iron. Ich hab noch ein paar. Ach so, okay. Kniegst du dich gerade, oder nicht? Ja, doch. Ich will nirgendwo runterfallen, oder gar keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Okay. Wo hast du dich jetzt hingebastelt? Ich bin hier. Hier oben. Hier. Ja, ja, ich hab dich schon gesehen. Ja, gib mir auch ein Lebenszeichen von dir, Mann. Ich guck nur grad nach da hinten, Mann. Soll ich mitkommen? Ja, hier so ein Gang-mäßig. So Gang-mäßig. Mäßig-mäßig. Alter, gibt's hier überhaupt Gold? Ohne Witz. Die haben bestimmt schon alle. Die haben bestimmt schon zehn Gold-Depsen, oder so, alle. Hi. Oh Gott. Oh Gott, das Geräusch. Oh Gott. Oh Gott. Hm? Oh Gott, das Geräusch. Es ist dunkel. Das gleiche sphånt hier irgendwas. Sind wir voll am Arsch, Dede. Ist schon nur geschrieben. Komm ein bisschen rüber. Vorsichtig. Jojo. Da unten ist Gold. Wo? Da, komm her. Siehst du das an der Lava? Ja, okay. Direkt an der Kante. Dann lass wieder runter gehen. Jo. Juhu. Aber ich bin so vorsichtig, Alter. Aber lass mich weg. Darf ich den ersten Gold-Apfel nehmen? Ja klar. Du wirst schon weniger leben. Oh, Hund halt die Klappe kommen. Ah, hier ist meine Kohle, die ich vorhin... Oh, Tommy. Echt? Ich hör was. Da ist er. Egal, der trifft mich nicht, der trifft mich nicht. Aber dann haben wir schon mal Rotten Flash für... Sollten wir was essen. Ja, das vergisst du ja gerne mal, ne? Vergesst du es andauernd. Ist mein... Ist mein Lifestyle, Digga. Dafür bist du aber ziemlich fett. Halt die Klappe. Das war jetzt nicht in Ordnung von dir. Okay, eins... Zwei... Drei... Vier... Okay, fehlen uns noch fünf zum ersten Gold-Apfel. Komm mal mit. Ich bin so vorsichtig. Ich war, glaube ich, noch nie so vorsichtig bei Minecraft. Okay, okay, bin da. Hier müssen wir jetzt halt aufpassen in der Nähe von der Lava. Nicht, dass die irgendwie durch die Wand so kommt, weißt du? Ja, ich bin... Ich bin noch nie so vorsichtig gewesen bei Minecraft wie jetzt gerade. Der Pista? Minecraft der Huren und so. Ich mach uns mal zwei Öfen. Alex? Ja. Okay. Mach zwei Öfen. Ja, toller Öfen. In den oberen kommt Gold, in den unteren kommt Eisen. So, Rotten Flash haben wir schon mal. Ähm, wenn... Ich geb dir mal einen Tipp, wenn du gegen einen Enderman kämpfst, ne? Mhm. Ähm, bitte schau ihm niemals an, sondern schau ihn immer auf die Füße. Okay. Wenn du nur auf die Füße schaust, dann greift er dich nicht an und du kannst ihn ganz easy peasy killen. Okay, okay. Oben ist keine Kohle drin. Hast du gut nachgedacht, du Uhuansohn. Du Wixxer. Entschuldigung. Ich dachte, du packst es da rein. Wie viel Äpfel hast du? Wie viel Äpfel? Zwei. Und das jetzt? Dann hast du drei und ich hab auch drei. Achso. Okay. Ich buddel mich mal nach da. Achso. Ja, buddel dich einfach, wenn du nichts zu tun hast, buddel dich einfach ein bisschen rum. Kann ich auch machen eigentlich. Kannst du natürlich auch warten, bis es alles fertig ist. Also ich war heute Nacht, ich hatte so Schmerzen. Ich war heute Nacht von, ähm, Dingens, hier von 1 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens war ich wach. Krasser Typ. Ich hab das Bachelor-Finale noch geguckt. Dann hier plötzlich Star. Mit, mit Selena Gomez, mit diesem Scheiß-Film, äh. Achso, ja. Hm. Übrigens, äh, benutzt du dein Stein oder dein Holzschwert? Äh. Stein oder Eisen? Nee. Also ich benutzt grad mein Steinschwert. Okay, warum? Voll der Blödsinn. Stimmt auch wieder. Ich mein, so viel kämpfen wir ja nicht, dass das so schnell abgenutzt wird. Ich würde eigentlich jedem Kampf gerne aus dem Weg gehen. Ja, schon. Aber ich mein, wenn jetzt... ...gekämpft wird. Oder, ich mein, dass wir ja nicht so viel kämpfen können. Hier ist rein gar nichts, Alter, leck mich doch im Arsch. So, das Gold ist durch. Hä? Eisen, ja. Das ist schon ein bisschen viel, deswegen dauern los. Ich geh noch mal Richtung Schlucht, ne mein Schatz? Was, du gehst in die Schlucht? Richtung Schlucht, ja. Okay, ich komm. Ich höre Spinne. Hörte sie, dann können wir uns nen Bogen machen. Mach uns mal hier nen Waypoint, ja? Ja, die Spinne kommt irgendwie... Ich hab noch mehr Gold gefunden. Ja, ich hab den jetzt einfach mal Ofen genannt. Bist du hin? Über uns ist ne Spinne und da drüben ist Gold. Das ist scheiße, ich hab Panik. Warte, komm mal her. Hier. Komm mal her. Also du musst... Wir müssen das jetzt so machen. Einer von uns tankt die Spinne. Oh, oh, weg, 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 weg. Jetzt mach irgendwie so nen Schlitz frei, dass man sie schlagen kann. Mach. Ja, ich will kein Leben verlieren, Digga. Mach auf. Du musst mehr leben. Nein, du musst... Wir müssen uns unten durchbuddeln. Also es ist auf jeden Fall eine Spinne da. Die ist über uns direkt. Und auf jeden Fall auf der anderen Seite der Lava ist auf jeden Fall noch... Das Lapis Lazuli. Mhm. Möchte ich die nicht irgendwie schlagen? Die Fotze. Ich versuch das Skelett hier in so ein Loch reinzulocken. Wo er mich dann nicht sieht. Warte, schon mal ein Skelett. Ja. Deswegen. Deswegen hab ich gesagt, sollst du weggehen. Ich dachte, die Spinne kommt, weißt du? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab was für dich da. Was soll ich damit? Hm? Da ist das Skelett. Okay, es ist weggerannt. Es ist rechts... Also wenn du hier durchgehst... Warte. Wenn du hier durchschaust... Guck mal, komm mal her. Mhm. Wenn du da geradeaus durchschaust, ist es direkt rechts um die Ecke. Das Skelett. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Oh, ich hab so Angst gerade. Ich will kein Leben verdienen, weißt du das? Ja, glaub ich dir. Okay, die haben alle... Das Skelett ist direkt... Oh! Es hat sich gerade umgedreht. Dann hättest du doch geschlagen. Nein, das hättest mich angeschossen. Ich wär... Ja, es war weiter weg als ich. Bitte geh nicht so gefährlich hinter mir. Dann halt nicht. Ich hab voll Angst vor davor. Soll ich die Spinne mal runterholen? Oh, ne. Ich will kein Leben verdienen. Ich würd gern ein bisschen mit dir kuscheln. Ne, lass mal. Ich schickste zu dir... Ich schickste zu dir in den Gang. Die kommt hier nicht rein. Der Gang muss mindestens zwei bereit sein, damit eine Spinne da durchkommt. Die kommt da durch, Digga. Ja, am Arsch. Wurde ich für ein Zombie? Irgendwo ist ein Zombie. So, das Eisen ist komplett fertig. Okay, jetzt haben wir so ein kleines Problem, Bruder. Ja, was denn? Wir wollen möglichst wenig Leben verlieren. Aber wenn wir die drei jetzt töten, dann fehlt uns eigentlich nur noch eins. Ich weiß, was mir gerade einfällt. Was denn? Blöd. Das Skelett brennt. Das Skelett ist in die Lava gegangen. Was fällt dir gerade ein? Was ist blöd? Ich hatte den Radar von der Minimap noch an. Oh, okay. Zum Glück ist Folgen Ende. Dann können wir bis nächstes Mal aus-chainen. Und vielleicht sind die Monster nur noch weg. So. Ja, vorne. Macht's gut. Tschüss. Tschül. Tschül, tül, tül. Bye. Katja, tue tül. Tschüss, t존, töd, tül.